Jo Leute, ja sind wir wieder auf dem neuen System hier und wir sehen auch direkt bei mir im Package Explorer, dass meine Projekte alle weg sind und dass ich nur noch ein paar habe und das Ganze hat einfach zur Folge, dass ich mein Mainboard und mein CPU gleichzeitig gewechselt habe und ich mir dabei gedacht habe, ja gut das kann natürlich alles bleiben, da brauche ich jetzt auch keine Backups zu machen oder ähnliches. Ja, das war wahrscheinlich ein Fehler, ich habe das einfach geändert oder besser gesagt mein PC einfach umgebaut und im Endeffekt habe ich bemerkt, jo als er gestartet ist, musste der PC wieder zurückgesetzt werden und dann habe ich ihn natürlich zurückgesetzt und das hat jetzt zur Folge, dass mein PC zurückgesetzt wurde und alle meine Dateien weg sind. Ja, das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber was soll jetzt großartig zu sagen, das Ganze wird natürlich wieder folgen, es sollte eigentlich nur ein ganz kurzes Infovideo sein und eigentlich nicht viel sagen, aber damit ihr Bescheid wisst und das Notebook 11a Plugin bzw. andere Plugins werde ich natürlich nachprogrammieren müssen, das kann ich jetzt leider auch nicht ändern, ist leider so, aber ich kann euch schon mal aufmuntern, und es wird in den nächsten Tagen wieder eine Ich-Programmiere-für-euch-Tutorial-Reihe geben und ja, falls ihr darauf Bock habt, dann lasst mich das nochmal sehen und bis dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, haut rein!